Hey Leute, es geht hier weiter mit Death Stranding und wir müssen hier zurück nach Lake Note City, sehe ich gerade. Ähm, was war denn der Haken da ran? Gab's glaube ich nicht, ne? Wir waren ja hier die Straße am bauen, aber hatten glaube ich keine Sachen mehr, oder? Ähm, ich brauche schon ein Auto, ne? Wir bereich da mal ein Auto. Oh, ja, das war der Haken, wir müssen hier, das ganze Beat nehmen wir zurück, ne? Und reisen geht laufen. Oh mein. Ähm, wusch, wusch, wusch. Äh, ne, ich weiß nicht, wie kommen wir denn da wieder? Online-Tweeweiler? Apropos, müssen wir online kommen? Lass uns mal automatisch mal abmelden, ne? Okay. Ähm. Ähm. So ein Fundament. Oh, da müssen wir eigentlich tatsächlich weg mich am Arsch. Oh, das auch noch. Super. Wir haben keine Dingens. Ähm. Und keine, äh, Geschwindigkeitsstiefe. Äh, das Ding da oben bringt glaube ich dir nützen, ne? Ich hab hier meine Leiter benutzt. Und Generatoren. Und Generatoren. Haben wir eigentlich gebaut Generatoren? Ja? Ja. Ich hasse das Eisgebiet. Ich hasse das Eisgebiet. Ich hasse das Eisgebiet. la 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 oh nein oh nein oh nein exo putti exo tu oh Wo ist er da? Ich komme! Ich bin gleich klar! Mal ist es hier ruhig. Wie gesagt, man könnte doch hier doch einen Wocky-Focken bauen. Die Ausdauer ist schon wieder weg. Kriegen wir was. Was haben wir noch? Da! Willst du mich verarschen? So. Aua! Ja ne, ja ne ist klar. Jetzt übertreibs aber. Junge! Steig doch einfach drauf! Mann! Mann! Ah, ja. So, jetzt kletter da hoch, Jüngchen. Ähm, natürlich, wieder alles doof um hier eine Cyro-Chill-Möchtech zu machen. Super, super macht ihr jetzt. Wir müssen aber in der Richtung, ne? Ja. Was denn jetzt? Sam, hörst du mich? Ich habe zu Clifford Anger recherchiert und möchte mit dir über ihn reden. Du weißt ja, er war bei den US Special Forces. Und sein Ausscheiden fiel grob mit dem gestrandeten Tod zusammen. Nach seinem Ausscheiden aus dem Dienst war er irgendwie in die frühen BB-Experimente involviert. Er starb jedoch, bevor sie endeten. Auch wenn die Umstände seines Todes nicht ganz klar sind, wächst in mir der Verdacht, dass seine Schlachtfelder zum Teil von seinen andauernden emotionalen Bindungen erhalten werden. Wut, Verbitterung, Reue. Ich bin mir ziemlich sicher, es hat mit den BB-Experimenten zu tun. Das scheint angesichts seiner Versuche, Lou zu stehlen, klar zu sein. Cliff scheint von dem Zwang getrieben zu sein, unser BB zurückzuerobern. Als ob ihn das retten würde. Dieser Zwang muss so stark sein, dass er sich nicht nur aus den Tiefen der Hölle befreien, sondern auch einen Teil dieser Hölle mitbringen konnte. Eines ist sicher, er ist kein GD. Wir müssen erfahren, was es mit seinem Tod und seiner Verbindung zu den BB-Experimenten auf sich hat. Ich suche weiter und halte dich auf dem Laufenden. Okay, dankeschön. Danke, danke. Oh nein. Jetzt kommen wir in dem GD-Gebiet. Dass die GDs alle nicht hier ausgelöscht worden sind, ne? Das ist mir ein Rätsel. Ah, hier ist auch noch was gemacht. Oh, was haben wir hin? Aber wir finden Gäune. Gäune sind richtig gut, weil die geben richtig gut, äh, an Chirankristallen. Oh nein. Wie möge ich. Oh 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 oh. Aaaah, wir kommen hier drinnen die Seile. Winde. Woah! Ich falle! huijoi und weiter und weiter Und sammeln. Und weiter. Und weiter. Das kennen wir doch schon. Das kennen wir doch schon, das Lied. Das war doch vor kurzem sogar erst. Ja? Richtig. Wir kriegen da alle ein Kraut. Das war's. 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 Das ist nicht ein Auto. Wir porten uns, oder? Ist doch besser. Wir gehen das Paket da ab. Dann poppen wir uns. Das war's. 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 oh 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 falle baby falle yeah nu du sterbe nu sterb nu sterb we 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 ja 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 wenn ich das paket noch ab von dem turbo turbo wenn wir gepackt zu lustig war mal springen das eigene paket danke danke dd Die Materialien waren da. Hier, Alex, da kann man nehmen. Metall brauchen wir ja nicht. Keramik, ne, war das. Was wir brauchten. Na ja, komm, lass mal lieber. Ich port mich dahin. Ich glaube, die Schian-Kristalle kommen eh so mit, ne. Lu, pass auf, ja, ich falle, oh, Lu. Mann, Lu, pass auf. Ich falle, Lu. Jetzt pass doch mal auf, Lu, meinsch. Mensch, du Kackkind. Kacke, Baby, Kacke. Kacke, Baby, Kacke. Wo war das denn immer hier hinter? Hallo, Eloy. Ne, hier. Ah. Mensch, pass auf. Lu, alter, Lu, verdammte Axt, ey. Ich hab's dir doch gesagt, musst du aufpassen. Oh, nein. Jetzt gibt's nachher Gungshade. Huh? Nein. Mein Bild ist weg. So, jetzt. Privat Raum. Deine Arbeit ist... Nur am Schätern, das Kind, ey. Ich weiß nicht, was es hat. Äh, was ist jetzt los? Mein Fernseherbild... Spint. Ah, jetzt. Und wie du wieder ausschaust. Gleich in der Nase. Und ständig die Sonne. So, Lu, beruhigt. Alles in Ordnung. So, ich kann das mal jetzt mal... Ah, geht nicht. Och, nein. Wir müssen also... Verdammte Axt. Wir dürfen nicht. Stimmt, da war doch was, ne? Äh. Nehm ich doch die Materialien mal mit. Das Auto kann ich auch mitnehmen. Nein, ich, äh... Kann das Bild sich mal beruhigen? Hallo. 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 Na, da kommen wir nochmal hoch. Oh, aber nein. Jetzt müssen wir den ganzen Weg hier zurück, ey. Willkommen, Sam Porter-Bridges. Ich versuche schon mal die Materialien mitzunehmen. Aua. Ist ja lustig, dass ich gegen die Scheibe knallt bin, ne? Ja, ja. Oh, das hat sich irgendwie... sich anhört wie in Beinen. Äh, ehrlich gesagt. Keramek. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Holy shit. Ja, Quess kann man eigentlich auch noch annehmen, aber... Ja, Quess kann man eigentlich auch noch annehmen, aber... Ey, lassen wir mal. Wenn das schief geht, ich weiß nicht, was das dann passieren wird. Oh Gott. So. Ich zoome den konzipierten Weg. Ähm, wir sind... da. Das ist so scheiße, ne? da. Aber ich sehe was dir. Hm. Vielen Dank. Vielen Dank. So, irgendwie muss das so, ne? Irgendwie. Aber die sind ja schon kapieren. Wir können auch nach da, ne? Nein, nicht da schon wieder. Nein, ey. Wenn der Eimer so in der Bahn ist, ne? Gibt's kein Weg mehr zurück. Ich hasse es. Weck mich am Arsch. Hier ist krass ich aber aus, der! Man, 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 man. ja nee ist klar was habe ich denn da gemacht die willst du das überhaupt schaffen das ist der nern ich würde es mal andersrum das ist das ist das ist das ist Ach du heilige Scheiße. Was zum Geier tu ich mir da an? Irgendwie kann ich das Ende auch ein bisschen abgefürzt. Oh, he isn't here. Oh, das ist aber eine Straße. Ich glaube, wir sind hier falsch. Oh, wir sind also schon hier. Weck mich am Arsch. Ich bin hier alles im Abzug. Wo es nur geht und dann sowas. Die neue Wiese sind wir denn so schnell da rauf gekommen. Das ist ja mega schnell gewesen, oder? Den Weg muss ich mir merken. Oh, da müssen wir ein bisschen schlimmer waren. Oh, jetzt kommen die ganzen Kurven. Was ist nicht so schnell. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. äh, da muss ich nicht weg lana aufwärtschen eigentlich kommen die ds die ds dann kommen gleich noch mal die uns aufhalten wollen Das wird doch gar die Schnelligkeit weggemacht. Ja, das reicht nicht, verdammte Axt. Das reicht sowas von nicht, das reicht sowas von nicht, so eine Scheiße, das reicht vollkommen nicht, das reicht vollkommen nicht. Keramik bauen wir da noch. Los gehen wir noch zum anderen, wir haben ja zwei Straßen die ja noch gebaut sind. Das ist die einzige in den Straßen glaube ich, die es noch hier gibt. Ja, da kann man abzeichnen. Oh nein, guck dir das an. Humpa Lumpa aus dem Wald. Da müssen wir hin. Ehhh, 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 Ehhh. Scheiß drauf, ah. Das reicht eh so nicht. Wir brauchen drei Straßen noch. Oh. Da ist ja noch einer. Okay, da kommen sie wieder. Die kann man nur auf Herzschirmachen. Ich mach das schnell noch. Oder egal. Die Humpalumpats kommen. Ah, Keramik geht jetzt. Oh, sonst noch. Klar zu verweisen. Oh, scheiße. Blöde Keramik, ey. Mit der speziellen Regierung, Alter. Wollen die hier ausfischen mit speziellen Regierung? Damit kriegen die mich nicht hier hergezogen. Ja, tschüss. Ich habe hier irgendwo noch Sachen hier liegen, die wir dann benutzen können. Diese Reiten. Können wir mal gucken, was wir da im Material haben. Generell guck ich mal alles ab, aber das werde ich glaube ich gleich mal offrein machen, weil jetzt mal Cut. Wir haben jetzt nicht so viel geschafft. Aber muss ja nicht immer was geschafft sein, ne? Ich guck mal. Ich nehm ein paar Aufträge an. Das ist ja eigentlich das gleiche Prozedere. Weil ich auch mal offreinig mache. Muss man nicht mal. Zeigen ist immer das gleiche. Deswegen haut rein. Bis dann. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin ein bisschen falsch gefahren. Please don't stop. Chapter 1. Das ist ein neues Ding, ne? Ich sehe auch von lauter Straßen nichts, ja? Hier, hier lang. Scheinbar. Wir haben das geändert. Das ist ja auch von lauter Straßen. Das ist ja die, mit dem sie abbrechen. So. So, bestätigen. Skippen. Ja, ja, ja. Kennen wir ja bereits alles. Ja, wunderbar, herrlich. 20.000 Sachen abgegeben. Bestellfreaks. Oh, hier haben wir vier, oder? Oder? Noice. Ich bin nicht versüchtig. Ich bin nicht versüchtig. Ach, die Musik geht weiter, okay. Ausgerechnet das haben wir am wenigsten. Ach, du bist doch, du wirst dich verarschen, oder? So eine Scheiße. So eine Scheiße. Ja, das ist 72 nur. Ne, das ist ja nicht so guckend. Warte mal, bevor ich mal nach aufträgen. Ich bin auftragssüchtig. Ja. Ja. Ja, komm, lass mal. So. So. Die sind jetzt vor lauter Liebe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ähm, 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 äh, fast abgestürzt, weil du ja am Labern warst. Kommt mir so alles anders vor, wa? Irgendwie. Oder mein ich jetzt nicht, was das hier alles ein bisschen anders aussieht. So, ich bin echt da. Nein. Hast du eine Sekunde, Sam? Es geht um den Direktor. Nein. Hätten die beiden keine starke persönliche Bindung, wäre es ihm nicht möglich gewesen, zu Amelies Strand zu springen. Also ich habe nachgeforscht und keine gefunden. Das Netzwerk hätte etwas ausspucken müssen, irgendwas, aber da war einfach gar nichts. Sein ganzes Leben vor seiner Laufbahn bei Bridges wurde zensiert. Sein Name, seine Vergangenheit, alles. Wir haben keine Ahnung, wer er war. Das hat mich zu einer neuen Vermutung geführt. Was, wenn die Verbindung nicht zwischen dem Direktor und Amelie, sondern zwischen ihm und Clifford Anger besteht? Und was, wenn diese Verbindung den Sprung des Direktors zu Amelies Strand ermöglicht hat? Wenn die beiden eine gemeinsame Vergangenheit haben, könnte das erklären, warum Cliff auch den Direktor gefangen hält. Aber selbst wenn es so wäre, beantwortet das nicht die größere Frage. Wie zum Teufel sind die beiden an Amelies Strand gelandet? Sam, Hartman hier. Ich wollte noch etwas mit dir besprechen. Ich habe eine begründete Vermutung bezüglich Cliffs Ziel. Irgendwie beginnen unsere einzelnen Strände aufgrund des chiralen Netzwerks zu verschmelzen, wodurch eine einzelne, riesige Fuge entsteht. Sollte dieser Prozess andauern, könnte eine Flut aus GDs über unsere Welt hereinbrechen. Und damit einen gestrandeten Tod von bislang unbekanntem Ausmaß auslösen. Clifford Angers Schlachtfelder und meinen eigenen Strand scheint dieses Phänomen nicht zu tangieren. Sie sind völlig isoliert. Sie überschneiden sich nicht mit anderen Stränden. Aber was wäre, wenn es noch eine andere Art von Strand gäbe? Auf einer höheren Ebene, die diesen Prozess in Gang gesetzt hätte? Und was, wenn ein solcher Strand kein anderer als Amelies wäre? Cliff mag den Direktor zu sich gelockt haben. Aber eigentlich wollte er wohl Amelies Strand unter Kontrolle bringen. Um seine Macht über alle anderen Strände zu nutzen. Und die letzte Strandung auszulösen. Das ist die einzige vernünftige Erklärung für Cliffs Handeln. Deshalb musst du ihn aufhalten. Wenn Hartmann recht hat, haben wir ein großes Problem. Die letzte Strandung mit dem Chiral-Netzwerk und Amelies Strand auslösen? Deshalb war Higgs hinter Amelie her, oder? Wenn Cliff ihn dazu angestiftet hat? Ja, es passt alles zusammen. Mit der letzten Strandung kann er sich endlich an einer Welt rächen, die ihm sein Leben und sein Kind gestohlen hat. Du musst ihn aufhalten, Sam. Du musst so schnell wie möglich zu Amelies Strand springen. Hol sie von dort zurück. Das ist unsere einzige Hoffnung. Wenn du es nicht schaffst, sind wir verloren. Okay. Dann darf ich auch mal, wa? Sprechen, mein lieber Schoggi. Ja, da war es sich über... Oh, ha. Sieht nicht gut aus. Oh, nein. Wir müssen nur Sachen abgeben. Hallo. Ein Wal. Ja, wo kommt die Wal auf einmal her? Ja. Als ich erfuhr, dass ich warte werde, hatte ich große Angst. Davor, was es bedeutet. Ich musste für dich da sein. Für deine Mutter. Jederzeit. Ich konnte nicht mehr losziehen und mein Leben riskieren. Und euch allein lassen. Ich konnte nicht. Ich lag vollkommen falsch. Vollkommen. Vater zu sein, machte mir keine Angst. Es machte mich tapfer. Es tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe. Mach nicht den Zülpenfehler. Sei du selbst. Sei frei. Captain. Ich bitte Sie. Geben Sie her. Er sieht ihn schon. Er sieht ihn. Das war ein Befehl. Er sieht ihn. Die blöde Kuh. Das waren doch die Ärzte, ne? Was ist denn der blöde Kuh? Was mit den Paketen liefern? Da war nichts wohl, ne? Ich bin dein Die Hard Man. Wo ist das? Äh. Jetzt sind wir jetzt im nächsten Kapitel. Von Die Hard Man, oder?